Wenn mich jemand fragt, warum ich die IHW-Mässe besuchen sollte, viel besser kann man das Gesamtpaket an Kontakt zum Handel zu unterschiedlichen Ausstellern hier gar nicht bekommen. Bei den Eintrittspreisen kostenlos lohnt sich das in jedem Fall. Ja, die IHW-Mässe macht besonders, dass es sich immer so ein bisschen anfühlt wie nach Hause kommen, wie Klassentreffen. Man trifft jedes Jahr immer wieder bekannte Gesichter, aber auch neue Gesichter. Die Stimmung ist einfach wirklich schön, die Atmosphäre ist toll und ja, es macht einfach Spaß, sich hier mit den Händlern zu unterhalten. Was ich über dieses Faire mag, ist, dass ich mit meinen aktuellen Verhandlungen verbinden kann, neue interessante Produkte zu sehen und auch neue Potentialverhandlungen zu arbeiten. Ich kann heute eigentlich jedem empfehlen, mal so einen Besuch der IHW-Mässe in Erwägung zu ziehen, um einfach mal zu schauen, was gibt es so links und rechts vom eigentlichen Kernsortiment, um sich da noch mal ein bisschen zu bereichern und vielleicht auch mal Alternativen zu finden. Die IHW-Mässe hier mitten in Köln, in der Köln-Mässe, ist super erreichbar. Ich komme ja selber aus Kiel, konnte mich einfach in den Zug setzen, hier aussteigen und war sofort da. Also schön auf der IHW ist, dass es hier nicht nur Produkte zum Anschauen gibt, sondern auch ein Forum, wo immer wieder aktuelle Themen besprochen werden. Man fühlt sich hier sehr familiär, man kennt die Leute, man trifft sich abends auch gerne nochmal auf ein Bier und es ist einfach eine schöne Zeit. Es macht Spaß herzukommen. IHW, Europas größte Ordermesse. Jetzt Tickets sichern und inspirieren lassen.